Peter Kloppel moderiert zum letzten Mal RTL Aktuell. Ein Abschied von der Nachrichtensendung. Peter Kloppel verlässt RTL Aktuell. In einer emotionalen letzten Sendung verabschiedet sich Peter Kloppel von den Zuschauern von RTL Aktuell. Nach über 20 Jahren als Moderator der Nachrichtensendung nahm er am Freitag, dem 23. August 2024, endgültig Abschied. Kloppel betonte in seiner letzten Moderation, wie sehr ihn die Zeit bei RTL geprägt habe. Es war für ihn eine große Ehre, die Zuschauer über wichtige Ereignisse zu informieren und durch die täglichen Nachrichten zu führen. Die letzten Jahre haben für Kloppel viel Veränderung und Herausforderungen gebracht. Er sprach über die enormen Entwicklungen im Bereich der digitalen Medien und wie diese die Nachrichtenlandschaft transformiert haben. Als Pionier eines neuen Journalismus hat er die Zuschauer nie aus den Augen verloren und stets versucht, relevante Themen klar und verständlich zu präsentieren. Geprägt von seiner journalistischen Integrität und Offenheit wurde er schnell zu einem vertrauten Gesicht im deutschen Fernsehen. Der Moderator blickte auf zahlreiche journalistische Höhepunkte zurück, von bedeutenden politischen Ereignissen bis hin zu bewegenden menschlichen Geschichten. Kloppel bezeichnete es als eine unvergessliche Reise, die ihn in viele Länder und zu vielen Menschen geführt habe. Diesen Blick auf die Welt war er den Zuschauern stets schuldig und stellte fest, dass der Respekt vor den Geschichten der Menschen immer im Zentrum seiner Arbeit stand. Seine Kollegen äußerten sich ebenfalls zu seinem Abschied. Viele von ihnen hoben hervor, welchen Einfluss Klöppel auf ihre eigene Karriere hatte. In einem kurzen Interview meinte eine langjährige Mitarbeiterin, dass Peter nicht nur ein großartiger Moderator, sondern auch ein wertvoller Mentor gewesen sei. Hier ist der übersetzte Text auf Deutsch DDE. Sie beschrieb ihn als jemanden, der stets bereit war, sein Wissen und seine Erfahrung zu teilen, um anderen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Klöppels charismatisches Auftreten und seine natürliche Art, komplexe Themen zu erläutern, wurden als prägend für die gesamte RTL-Nachrichtensendung angesehen. RTL aktuell wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle im TV-Programm von RTL spielen. Klöppel wird in seinen Nachfolgern große Fußstapfen hinterlassen. Die Sendung zeichnet sich durch aktuelle Berichterstattung und ein ausgeglichenes Bild der Welt aus. Klöppels Engagement und seine Leidenschaft für den Journalismus werden auch in Zukunft als Maßstab aufrechterhalten, sodass die Zuschauer weiterhin qualitativ hochwertige Nachrichten erwarten können. Neben den emotionalen Abschiedsworten fanden auch die Zuschauer vor den Bildschirmen Zeit, ihre Gedanken zu teilen. In sozialen Netzwerken äußerten sich viele Fans über ihren Lieblingsmoderator und bedankten sich für die jahrelange informative und unterhaltsame Berichterstattung. Sie hätten großen Respekt für Klöppels Entscheidungsweg gezeigt, da dieser Schritt auch mit Veränderungen im persönlichen Leben verbunden sei. Abschließend zeigt der letzte Auftritt von Peter Klöppel, wie wichtig Journalismus für das Verständnis der Welt ist. Seine Fähigkeit, die Zuschauer über Geschehnisse zu informieren und gleichzeitig Empathie zu zeigen, wird in die Geschichte von RTL aktuell eingehen. Es bleibt abzuwarten, wie das Format ohne ihn weitergeht, aber eines ist sicher. Klöppel hinterlässt ein großes Vermächtnis und die Erinnerung an einen großen Nachrichtenmoderator. Autor Anita Farke, Freitag, 23. August 2024.